Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Zeit dauern wird, bis Sicherheitsbedingungen geschaffen sind, dass die Menschen zurückkehren, aber sich nach ihren Häusern und ihren Dörfern zurücksehnen, wie sie mögen. Die Kontrolle der Toten ist in unseren Händen. Der jetzige Besuch unterscheidet sich von dem letzten Besuch im letzten Jahr.